mit zwei leuten ja ist so richtig scheiße zum schießen wirklich das so schwammig die steuerung schon dass es aussieht zwar manchmal schon am Kopf die steuerung ist schwammig äh kannst du mal kurz obwohl ich schreiben ist glaube ich nicht so gut aber ich frage mich um das Auto speichern kann wenn du mal ich glaube dass das sind dies vor und auch mal nicht nur noch zwei drei Sekunden und dann kannst du es mit F7 glaube ich wieder rufen was echt ja bei der BW stand zu sagen stand zu was am Sporn ich dachte also bye bye baby ist dann irgendwie Luftgejagd um ein Heli und so kleiner ein Sichtschutz Sichtschutz wenn sich wenn sie nicht wohin wir uns aber da die keine das war ein Neutronisten Neutronisten ich kann schon nicht mehr die Hand zu mir nicht aus dem Zeichen Schöner Roadtrip Ja, was kann ich sein? Jetzt muss ich gleich mal schießen Schieß mal Schieß mal Ja Also für das Summonate Ah, für das Summonate kann ich gleich auch sein Doch Boah, ist ne schöne Sonne Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja Kann weiter aus Ich muss auch mal wieder Pfff Mh Wow Aufpassen, ist ne Leitplanke Äh Die Planke, da nicht Ich weiß noch, vielleicht Ups Ups WTF WTF Äh Lass uns vielleicht die Ponte anstürchen Ich bin ganz wenig schreifend dann spackt er ab Ich weiß noch, vor vielleicht zwei Jahren oder so sind wir da in diesem Luftschiff gewesen, beim Multiplayer. Ja, das ist mehr als zwei Jahre her. Ja, gut old times. 2011 habe ich es gekauft. Das ist schon drei oder vier Jahre her. Das waren gute alte Charles Kors-Zeiten. Durchgesucht er bis morgens um 16 und wir haben uns gedacht, boah, dass er bei uns mal Multiplayer dafür geben würde. Jetzt ist er da und wir spielen jetzt nicht mehr. Okay, ich glaube, hier sind wir dann richtig, wenn wir dann die Berge wollen. Nö, du bist falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen auf der Brücke. Du sagst die ganze Zeit nichts. Du bist auf der Brücke einfach lang gefahren. Ich dachte, du bist richtig abgebogen. Das ist falsch abgebogen. Das wäre wie auf einer anderen kleinen Stadt. Ich würde in die andere Richtung fahren, sonst fahren wir alles mal zurück. Jetzt? Ja. Waren wir kurz, ich bin hier rechts. Waren wir kurz. Ja, wir können hier bisschen looten. Ja, wollte ich auch kurz sagen. Ich hab mich schon mal aus. So. Hier auf das Gebäude. Das Gebäude da will ich unbedingt mal looten, denn ich hab so'n Gefühl, dass mir sagt, dass ich hier irgendetwas finden würde. Genau, da hat's etwas. Und ich finde hier drin... ...Handgun among the Can of Peaches. Okay. Äh. Achso. Ich tue die falsche Taste. Ich würde sagen, ich hab kein Rapping-Hook mehr. Warte mal, ich stelle jetzt mal hier so ab. Okay. Und dann mal schauen. F7 hast du gesagt. Ja, wenn du neu spawnst, wenn du dann gedespawnt ist oder so. So, ja, dass du nicht rausgehst. Ja, ich glaube noch. Du bist sicher mit F7, oder? Ja. Ich soll... Ist ja irgendwas in die Richtung Standort spawnen. Ich dachte einfach, der... äh, despawn nach dem Ausloggen. Ich hab ja nichts von Widerrufen oder so. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht genau. Äh, such doch ein bisschen mal den Boom nach wegen dem Grappling-Hook. Ich schau' auf den Dächern. Ja. Wo ich jetzt gleich noch so einen, wie wir haben. Ja, das cool. Zwei wär' nicht schlecht. Ich hab' die Raketen gefunden und ne Box. Das heißt, ne Box, die wir dann aufstellen können, wahrscheinlich am Lager. Wo es auch reinpacken können. Ja, ich hab' schon richtig viel für die Base. Ich hab' schon, äh, zwei Türen, eine Barriere, ein Vehikel-Guard. Ich weiß nicht, was das genau ist. Box, die hab' ich auch. Ja, ich hab' jetzt nicht eine Folge bekommen, wie wir, äh, eine Base bauen. Auf jeden Fall. Hallo, bist du behindert? Wir müssen einfach noch so ein, äh, Base-Building-Zeugs erfinden, dass wir überhaupt Land kaufen oder einnehmen können. Land-Claimer, das ist das Zeug glaube ich. Ja. Vielleicht können wir auch mal so Off-Screen wissen, dass Zeug zusammenzukunden werden. Ja. Bei der Aufnahme die Base-Building-Zeugs. Ich glaube, sie sind die grüne Flair. Äh, ne. Na ja, da ist... Wohl, ne, das sieht doch nicht. Das ist alles so leuchtet. Oh, ich hab' kein Grappling-Hook mehr. Darum kann ich auch keinen Nackung mehr machen. Ja. Da ist die Kiste. Da ist kein Grappling-Hook drin. Wenn ich anfinde, muss er fast zerstört oder so. Doch, wir wenigstens keine Peaches, nämlich gleich mit und es. Du bist, wo du nur zweier benutzen kannst, das auf dem Dach bis nicht mehr rauskommst. Ja. Also wieder der Chaskos II hat so sich, äh, die Mod hier, oder so ist es eigentlich ein Mod. Ja, ist eigentlich ein Mod. Es kostenlos sich immer reinziehen, um auf jeden Fall Bock. Ist spaßig. Und wir müssen auch gar nichts unterladen, also außer die, den Launcher oder... Kannst du das bei Steam gar nicht untergeladen, oder? Oder bei Steam, äh, ist es auch heißt, es ist eine Diät, es gibt die Ziele für Chaskos II. Das heißt, Chasos II Multiplayer. Und das muss man einfach runterladen, und dann kann man hier, und dann, äh, und dann, äh, zu Survival, Survival District. Genau so, wie es gibt, das was erinnert. Das muss überhaupt nichts aus, äh, nicht auswendig. Und zwar nix. Und dann für die Motoren. Wenn ich so kompliziert, wie damals DZ anfangs, mit ganz vielen Problemen verbunden, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ein Radio. Ne, wo anhören? Oh, ich hab mal, eh, ne, da ist voll. Hast du, hast du kein Backpack, ne? Ne. Ah. Äh, die hat sich gemachten. Nein. Sag mal mit V, erstmal ausrüsten, und dann mit V, hab ich gemeint. Oh, ja. Oh ja. Oh, ja. Oh, sie hat sich verblirfen. Was hast du, Smoke oder H, E? Ja, Smoke. Ich weiß nicht, der Molotow für ihn, mit dir. Ne, du, Alan, radio. Weiß, ich brauche mal den Radio. Immer mit. Kein Platz. Nein, ich kann aber was essen. Genau. Essen. Trinken wir ein bisschen, genau. So, jetzt haben wir wieder Platz, jetzt kann ich das Radio sicher mitnehmen. So, genau, jetzt hab ich so ein Radio dabei. Das ist wieder so eine große Box. Oh, ein Maschinengun habe ich gewonnen. Das ist wunderbar. Aber wir haben so gut keine Mission für das. Hey, ich mein, das ist ein fucking Maschinengun. Ich mein, der leg sich jetzt noch mit uns an. Das ist wahrscheinlich mit einer Sniper oder so. Das ist mit einer Minigun. Ich hab ja eine Sniper. Ja, leg dich nicht mehr an. Wow. Ich hab keine. Meinst du Code C? Hm? Nichts, nur das N. Ach so, also Code C. Ja, Code C. Nee, ich mein einfach wegen dem Aufnehmen, wegen der Zeit. Weil, wie du hast ja gesagt. Frühschicht. Ja, deshalb muss ich immer mal wieder früher eine Pause einlegen und hab ich wenig Zeit. Und, äh, außer wenn ich zu Hause komme, dann spiel ich meistens so ein bisschen StarCraft, oder streame, oder Counter-Strike. Obwohl ich mir so eine letzte Zeit hab ich überhaupt nicht gestreamt. Nämlich hab ich jetzt vor die Woche wieder einigermaßen anzufangen. Und hier hab ich noch was gefunden. Und hier ist Lea, okay. Okay, auf das Haus, da gehen wir noch und da oben legen wir uns dann aufs. Das ist doch klar. Da ist noch die Kiste da. Äh, looten. Ich finde einfach keinen Grappling Hook. Oh, ich hab zweimal die gleichen Kisten gelootet. Oh, ich hab ihn hier gefunden. 10 Lockpicks. Achso. Den aufm Kopf voll noch. Nee, nur mal. Einen, den man erstmal lockpicken muss. Okay. Wie viel hast du, Lockpicks? Gar kein. Ich hab mich noch eine weitere Kette gefunden. Ja, der Lockpick ist auch fast. So, oh, ich hab ein Eiszieger von, aber ich kann Eis nicht mitnehmen. Ich hab' den Platz. Ich finde kein Grappler, äh, Grappling Hook, aber dafür zu viele Lockpicks. Und wenn ich ein Grappling Hook habe, dann finde ich einfach keine Lockpicks. Ja, so ist das Leben. Eine Cruise Missile habe ich gefunden. Cruise Missile, was? Also, ich hab' die noch nie gesehen, aber ich hab' die noch nie gesehen. So, äh, so eine Stimme, 10, 9, 8, und am Schluss kann so eine Explosion, aber da kann nichts annehmen. Okay, ich glaub' ich, eh, Google das mal gleich mal. Oder YouTube ist mal. Oh, ich hab' Grab-Hook gefunden. Echt? Ja, das ist gut, gute Konditionen. Ja, ist schon im Bereich. Hälfte. Aber wenigstens ist es einer. Ja. Okay, dann treffen wir uns kurz, oder? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, da oben. Ich seh' dich. Wo bist du? Unter mir? Ja, natürlich. Ja, ne, ich mein' vor mir, gerade unter mir, links, rechts, seitlich, Norden, außen, Süden, Südwesten, Frankreich, Italien. Ist ja gut. Ich brauch' meine Medikamente. Oh, ich bin beim... Ist das müde, ja? Äh, militärische Musik. Ah, da unten ist das hier. Wurde ich hier oben noch kurz looten? Okay, ja. Da und da und da und da. Ich bin tot. Oh, da oben, das... Sorry, das hier muss ich noch looten, denn hier hat's das drin, was wir schon immer wollten. Ich find' ein, ein Police helmet. Nice. Äh, ja, ich spring runter, vollpfosten. So, endlich muss kurz, äh, äh, Scheiße loswerden. Smoker-Need, sichern muss man nichts los. Okay. Wow. Warst du das oder? Ja, war's, Smoker-Needs. Äh, ich, ich bin schon wieder runter, ich will die ganze Zeit in den Tami Tablet� waren es ist so wird mit ich weiß es ist so weit wie nur so was gehört das ihr schlusset in der Brille sein wird so politisch wollen ich das gewisse ich die ganzen nicht verschillt müssen das muss ich in dem Smok ist nicht übernehmen Prozent es ist noch nicht mehr wo bist du wo bin ich ich bin ich ja grüne Balken die Nürnberg wissen das ist ein grüner Balken um ich hoffe ich bin jetzt nicht im besseren ich bin hast du und wir sind ja ich habe ein das ist ein bisschen ich habe angenommen Wotepack Nürnberg ich bin doch noch jetzt hier und schon ein Inventer ist voll um die Bühne da ist dabei ist der Bein weißen Welt bei ist Kreis oder die ist ein der erste Kurs das war ein Wunsch ist in den Chat nur noch nicht gefunden dann gibt es zu sehen und ja wir sehen uns im sechsten Part vielleicht sind wir dann bereit eine Base zu bauen Sofern wir alle benötigte Materne haben Und dieses Land Claim Item Genau Und ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr Fragen, Bedenken oder sonst noch so Wissen wollt, ich habe eine Mine gewonnen Dann schreibt es auch gerne in die Kommentare rein Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt Oder was weiß ich was Ich hoffe, dich schwul viel mitzunehmen Dann bis zum nächsten Mal Genau, das sollte immer noch Ich lasse das mal einpacken Bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss